Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Alle Details zu Halil Ibrahim Jehan und Sila Türkoglu finden Sie auf unserem Kanal. Bevor Sie zu unserem Video übergehen, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, mein Video zu liken und zu teilen. Hauptdarsteller Halil Ibrahim Jehan und seine Partnerin Sila Türkoglu machten einen Schritt, der die Zeitschriftenwelt erschüttern sollte, und teilten ihre Liebe mit ihren Fans auf Instagram Live-Übertragung und gab es allen bekannt. Das berühmte Paar teilte diesen romantischen Moment, der seine Fans überraschte, mit Social Media Beiträgen und einer besonderen Live-Übertragung. Halil Ibrahim Jehan und Sila Türkoglu, die gemeinsam in den sozialen Medien auftraten, kamen am gewählten Veranstaltungsort zusammen, um eine romantische Atmosphäre zu schaffen. Später auf dem Spaziergang hält das Paar Händchen und gibt vor den Kameras einen tiefen und intimen Einblick in ihre Verbundenheit. Das Duo, das sein Privatleben normalerweise geheim hält und sich von den Medien fernhält, erklärt dieses Mal offiziell seine Liebe und begrüßt seine Fans mit einer großen Überraschung. Halil Ibrahim Jehan und Sila Türkoglu übertrugen ihre gemeinsamen Momente live und teilten sie mit ihren Fans, was in den sozialen Medien große Wirkung erzielte. Fans des Paares, die ihre liebevollen Momente verfolgten, gratulierten ihren Liebhabern, indem sie verschiedene Beiträge in den sozialen Medien teilten, um ihre glückliche Verbindung zu feiern. Andererseits scheint es, dass die merkwürdigen Details in den von Halil Ibrahim Jehan und Sila Türkoglu veröffentlichten Tagebüchern noch lange in der Zeitschriftenpräsentation diskutiert werden. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos.